so meine damen und herren wir sind die wieder im akt raus zurück wir fahren im nächsten auftrag beziehungsweise müssen wir davor noch ein bisschen tanken und wenn nicht schlecht wenn wir laufen würden vor dem auftrag also gut jetzt rechts rein dann da wird ein bisschen Kazen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch mal an angst haben um kippen so natürlich sind das auch lehrkilometer die wir jetzt dann durchfahren sind wir eingestiegen das sind wir eingestiegen und haben quasi losgefahren das jetzt mit dem eigenen lkw ist das nicht so und münchen das war jetzt ein lenkt man über aber das ist warum fangen wir gut aber jetzt sind wir richtig wenn wir auch dann bald dort sind so viel da mit dem navigationssystem sie einstellen natürlich aber so 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 stadt aber vorbeigefahren münchen waren jetzt auch schon auch nicht in der stadt aber durchgefahren das war noch das erste mal die landesgrenze überschritten und jetzt mit einer lieferung sogar wirklich dorthin gehört und ich bin gespannt ob man bei tag die grenzen jetzt besser sieht wie gesagt in der nacht habe ich sie jetzt eigentlich nicht gesehen so eine grenze war sonst hätte ich aber schon realisiert da läuft etwas falsch so runterrollen lassen gut fällen umschauen hier Und danach Bischofshofen. Ja, dann Bischofshofen. Ein Auftrag für uns, Wolfsburg-Nürnberg-Kämmer. Und danach hinten. Ah Gott, hör mal. So, dann nächster Halt, Nürnberg. Wir haben noch Reiszeit und dann spätestens Donnerstag 3.05 müssen wir dort sein. Danke. Seht ihr das Händler? Woher? Okay. So. Gut. Zurück Richtung Salzburg. So. 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 First. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020